Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Heute sind wir gegen den Gaps. Marc, ich heiße Gaps. Oh Gott. Und zwar natürlich gegen den FC Tschernobyl. Gegen das, er hat das schlechteste Ultimate Team, was ich jemals gesehen habe. Und wenn ich verliere, bin ich so schlecht, dass ich dann als Bestrafung einen kleinen Schluck Toilettenwasser trinken muss. Kann sich hier schneller drehen, als dein Spieler jemals laufen wird. Und dann spielt er den wirklich schlechtesten Pass in der Geschichte. Ja, weil das Schöne ist, du wirst richtig hart Momentum haben. Der Anautovic würde dich gleich ficken. Astronautowild? Na, halt dein Maul. Nein. Ich tröne mir gerade vor, wie du am Club abends stehst. Und dann sagt der Türsteher, ey, aber du machst dir keinen Ärger, oder? Und dann sagst du, Stress, ich mache Stress. Ich finde das so weh, ne? Meiner ist verletzt. Torwart kommt nicht raus, obwohl ich eine halbe Stunde vorher gedrückt habe. Ja, verdient. Ich habe eine halbe Stunde vorher gedrückt, komm bitte raus. Er kommt nicht, sag ich nicht, dass es Anautovic ist. Ja, da bist du dem Toilettenwasser einen Schluck näher gekommen. Ja. Ey, komm, der Lupfer war echt schön. Der, der war wirklich Premium. Lächerlich, Alter. Yo, Seelo, ich weiß nicht mal, wer das ist. Da holt er hin, der Krul. Der ist nämlich ziemlich cool. Oh Gott. Putze, 1 zu 1, Pierre-Emerick-Obermejang. Hier, läuft natürlich zur Eckfahne, klatscht die Eckfahne natürlich weg, kriegt sie nochmal in seine schwarzen Eier. Ja, der kommt auch nicht. Wie kann das ankommen? Und Thomas Müller ist einfach behindert. Nochmal Lewandowski. Aber. Digga. Ich glaube, du hörst schon das Blätschern vom Toilettenwasser, oder? Jeder Spieler von dir kostet mehr als mein ganzes Team. Ja, hallo. Guck dir das mal an, wie die Bälle hier rumgereicht werden. Aber jetzt Lewandowski macht die natürlich auch nicht. Der spielt perfekt auf den Torwart. Schöner Pass. Obermejang sieht er hier. Thomas Müller. Zum 1 zu 2 zu 2. So. Oh, schöner Pass. Auf Abseits Lewandowski. Obermejang. Oh. Thomas Müller, jetzt mach bitte einmal was richtig. Oh. Hätte er jetzt einfach einen Seilverzieher ausgepackt, Mann. Jetzt nochmal eine Ecke hier. Was? So, Leute, das Spiel ist unentschieden ausgegangen. Deswegen würde ich sagen, schieben wir noch eins für Golden Goal halt. Das heißt, du musst nur ein halbvolles Glas trinken. Nee, wenn ich das Toiletten mache, muss ich gar eins trinken. So, André Schöle. Machen wir mal einen schnellen Hasen daraus. Flanke. Thomas Müller kriegt den Ball nicht. So, Schöle hat Selbstbewusstsein. Ah, schade. Freistoß. Durch Piotr Trochowski. Der hat richtig gute Freistoß, der hat's. Der hat der auch. Trochowski. Digga, wir kriegen es halt echt beide nicht hin, Tor zu machen. Doch, jetzt Pierre-Emerick Aubameyang. Und das ist das Tor. Und damit habe ich das Spiel gew- So, Robert Lewandowski tritt an. Robert Lewandowski. Nein. Mega, der war. Ich dachte, der geht rein, ne? Ich auch. Der war echt krass. Ich mischiere es. Fährmann. Fährmann dreht hier völlig durch. Ah. Ah. Unglaub ich, was hier passiert. Unfassbar. Nein. Oh, was passiert hier und weg? Was? Thomas Müller. In die Mitte. Oh, Tor, oder? Ist es das Tor? Mit Torlinientechnik, oder? Ist aber das Tor von Sokrates. Gucken wir mal rein. Jawohl, Tor. Ganz klare Geschichte. So, ihr habt den draußen gekämpft. So, Leute. Würde ich sagen, muss ich heute kein Toilettenwasser trinken. Traurig für euch. Gut für mich. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Checkt, gappt Kanal ab. Da habe ich das Intro übrigens schon gemacht für ihn. Ist halt echt so flink. Aber das Video mit dem Intro. Ja, ich habe das Video mit dem Intro. Und dann will ich noch sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Fisch. Was? Du willst dein FIFA Dream Team haben? Hol dir jetzt FIFA Coins zum Kampfpreis. Über den Link in der Beschreibung. Nur bei Marktführer MMOGA. Wir chilen Change in der Beschreibung. Und noch mal auf.